Herzlich willkommen zum Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam sprechen, diskutieren und philosophieren wir über die christlichen Themen, die dich heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören mit der heutigen Folge. Ja, wir haben eine Folge, die wir gerade mal gleich vorweg gern zwischenschieben wollen, weil wir gerade etwas in Deutschland erlebt haben, was ich noch nie so erlebt habe und was echt krass ist. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Philipp Mickenbecker von den Real Life Guys hatte viele Monate Krebs, hat ja wirklich im Glauben auch die Dinge erkämpft und viel länger als die Diagnose der Ärzte wirklich durchgehalten. Und unfassbar, wie viel er in den Medien einfach auch von Jesus bezeugt hat, wie viel er sein Glauben groß gemacht hat. Und Philipp ist jetzt vor kurzer Zeit erst gestorben und es war, oder es ist ja ein Rieseneffekt gewesen auf alle letztendlich. Ich habe es schon gehört, der Tagesschau sogar von ihm berichtet wurde. Sämtliche Zeitungen haben von ihm berichtet, ja, Millionen. Also das Video von seinem Tod war, hat zu einem Stand, wo ich es geschaut hatte, drei, also beziehungsweise habe ich mal später geschaut, 3,5 Millionen Klicks. Also war Platz eins auf den YouTube Charts. Es ist jetzt nicht, dass man das bei dem Thema möchte oder so, aber es zeigt halt einfach, was wir da gerade erlebt haben. Ja, genau. Markus, du hast auch so ein bisschen, hast von Philipp was auf Instagram und so mitbekommen. Wie hat es dich einfach beeinflusst, als du so von seinem Tod gehört hast? Ja, ich glaube wirklich, das Thema Sterben ist eins, was wir sonst im Alltag kaum mitbekommen wollen vielleicht oder mitbekommen. Und vor allen Dingen nicht als junge Menschen. Und deswegen, glaube ich, war es krass, das so mitzuverfolgen. Und es ist ja auch kein vollkommen plötzlicher Tod, so wie wenn jemand durch einen Autounfall verunglückt, was dann auch krass ist und unerwartet. Aber du hast dich nicht davor damit auseinandergesetzt. Und ich habe es halt auch ein bisschen verfolgt, so bei Instagram durch die Storys, die natürlich auch gerade in den letzten Wochen und Tagen vor seinem Tod zugenommen haben und fand es einfach unheimlich beeindruckend, wie das doch einfach nicht nur als Möglichkeit, die niemand möchte und die es um jeden Preis zu verhindern gilt, in Betracht gezogen wurde, sondern ich glaube wirklich, Philipp war da ganz offen mit, dass das etwas ist, was er auch begrüßt oder zumindest annimmt, weil sein Leben darauf ausgerichtet war, Jesus zu treffen. Und er hatte, denke ich, von dem, wie er die Botschaft verbreitet hat, auch diesen Schrecken vom Tod verloren gehabt. Und das ist, glaube ich, was, was unüblich ist in der heutigen Zeit. Und er hat es auf eine unglaubliche Art und Weise kommuniziert und es verbunden wiederum dann mit evangelistischen Impulsen zu sagen, du selbst kannst es tatsächlich auch erleben, Frieden mit Gott zu finden. Lass dich anstecken davon und Jesus lädt dich letztlich ein in diese Beziehung mit ihm, die stärker ist als der Tod. Und diese Botschaft, die hört man eigentlich als junger Mensch kaum. Und deswegen fand ich es absolut beeindruckend und freue mich jetzt im Rückblick einfach darüber, wie viele Menschen einfach auch ihre Zeugnisse teilen. Ja, also wie er durch sein Leben Menschen beeinflusst hat und geprägt hat, aber auch, was jetzt vielleicht einfach noch nach seinem Tod passiert. Denn das ist ja wirklich so, diese Botschaft ist ja damit nicht beendet, die er hat, die ja letztlich von Jesus kommt, diese Botschaft, sondern sie wirkt nur noch stärker nach. Also und das ist, wenn man so ein bisschen zurückblickt vielleicht auch in die Geschichte von Missionaren oder so, der eigene Tod hat manchmal einen viel krasseren Impact gehabt auf die Umgebung, auch in Bezug auf die Mission, als vielleicht das, was ein Missionar oder ein Verkündiger im Leben erreichen konnte. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das auch bei dem Philipp vielleicht noch der Fall ist, dass das, was jetzt nach seinem Tod passiert vielleicht noch größere Auswirkungen hat, als das, was er so zu Lebzeiten verkünden konnte. Weil das war ja schon der Hammer so, als christlicher Influencer so viele Millionen von Menschen zu erreichen, die ihm auch eigentlich gar nichts mehr im Glauben am Hut haben. Ja, das ist echt krass. Also wenn ich auch so daran denke, jetzt auf YouTube jetzt einfach der Lifeline-Kanal, wo die ja viel einfach geistliche Inhalte auch posten, hat 250.000 Abonnenten oder so. Also das ist der erste große Kanal, der auch so rein wirkt. Real Life hat 1, was weiß ich wie viel Millionen. Ja, oder fast zwei. Ist jetzt aber jetzt nicht evangelistisch ausgerichtet natürlich. Aber ja, man merkt einfach, hier ist was passiert. Also hier ist wirklich plötzlich irgendwie der christliche Glaube, der Glaube an Jesus nochmal so ganz anders in das Interesse der Leute gekommen. Auch der Gesellschaft, ja. Also in der Mitte der Gesellschaft, ja. Wo man sich überlegt, alle Kirchen fragen sich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, wie schaffen sie es wieder, den christlichen Glauben so unter das normale Volk zu bringen und scheitern. Und das ist einfach das, wofür man Gott nur preisen kann. So dass das Leben von wenigen jungen Menschen oder jetzt dieses jungen Mannes, der einfach gläubig war und der das auch später zum Glauben gekommen ist in seinem Leben, hat das geschafft, dass man darüber spricht oder sich darüber Gedanken macht. Also kann man einfach nur in aller Trauer trotzdem jubeln. Ja, genau. Ja, also mich hatte das ganz schön beeinflusst, als ich so von seinem Tod auch gehört habe, weil ich kannte ihn nicht persönlich, aber ich kannte Leute, die ihn persönlich kannten. Also auch dann in den Storys, als sie dann so die ganzen Leute repostet haben, ja, die ihn persönlich kannten. Man muss auch sagen, also wir kommen hier aus Mühltal. Philipp kommt aus Bickenbad. Ja, also das ist der Nachbarort. Zehn Minuten entfernt und in Darmstadt, wo er gestorben ist. Also wir kennen das Krankenhaus. Das ist unser erstes Krankenhaus. Also es ist direkt vor der Haustür, ja. Ganz genau, ja. Und dann kennt man halt Leute, die ihn direkt kannten. Also ich kannte mindestens zwei auch. Und ich hätte ihn gerne mal kennengelernt, ja. Ich habe auch gehört, so weil bei JFC eine Kollegin hat da, ja, den Philipp angeschrieben, ob der nicht kommen möchte. Und er hat gesagt, ja, kann er sich gut vorstellen, aber er schreibt nochmal zurück. Und genau dann ging es halt bergab mit seiner Gesundheit. Und da, ja, hätte man ihn fast kennengelernt. Aber genau, mich hat es einfach echt tief bewegt, die Nachricht. Und ja, ich habe dann so gebetet, Herr, ach, ich hätte echt den Philipp mal gerne kennengelernt, ja. Und dann hat im Gebet wirklich so, ja, Gott so ganz nah in mein Herz so hineingesprochen, hat gesagt, Jojo, das wirst du. Du wirst ihn kennenlernen und du hast eine ganze Ewigkeit Zeit, dich mit ihm zu unterhalten. Ja. Und dieser Gedanke, der hat mich einfach in dem Moment so richtig getröstet. War richtig schön. Und ist auch krass, ja, wie man einfach so Anteil haben kann an jemanden, den man nicht kennt oder was wir gerade so sehen. Aber deswegen das Thema, dass wir mit dieser Folge einfach mal aufgreifen wollen durch die Situation. Wie können wir unser Leben leben oder was bedeutet es, unser Leben zu leben mit der Perspektive auf die Ewigkeit hin? Ja. Wie verändert es unser Leben? Genau. Ja. Also Ewigkeit ist eben deswegen etwas, was für junge Menschen, glaube ich, weit weg ist, weil der Tod ist eben der Übergang dazu, dass wir unser Leben hier auf der Erde, das zum Ende kommt. Und dann ist eben die Frage, kommt was danach und was kommt danach? Ja, für viele Millionen Menschen in Deutschland, glaube ich, die sagen sich auch, danach kommt nichts mehr. Und ja, wenn man Jesus kennt und in der Bibel liest, dann lernen wir eben kennen, auch durch die Offenbarung und auch alles, was Jesus gepredigt hat, es geht danach weiter. Also wir, dann geht es erst richtig los letztlich. Und deswegen finde ich das so krass auch, was die Bibel sagt. Wir haben vorher eben im Vorgespräch auch über Psalm 90 gesprochen und der ist wirklich brutal ehrlich. Und ich lese es vielleicht einfach mal vor. In Vers 10 heißt es, nur 70 Jahre wird unser Leben vielleicht 80 bei guter Kraft. Und das meiste davon ist nur Mühe und Last. Schnell geht es vorbei und schon fliegt es davon. Ja, und etwas weiter vorne heißt es, also es verdorrt letztlich wie so Gras in der Sonne. Ja, so das vergeht im Wind. Und das ist halt wirklich krass. Und wenn du 20 bist, dann kommt dir vielleicht 70 oder 80 auch noch lang vor. Ich habe letztes Jahr die 40 überschritten. Das ist klar. Ich habe die Hälfte erreicht, möglicherweise. Und je älter man wird, das muss man auch sagen, das Leben beschleunigt sich. Natürlich nicht in echt. Wir sind linear, wie wir altern, aber gefühlsmäßig beschleunigt es sich kolossal. Also wirklich so kolossal. Wenn man irgendwann Kinder hat, noch schneller. Also es rast einfach so. Und die Bibel ist da auch ehrlich und sagt, genauso ist es. Dein Leben ist letztlich so, als ist es, wenn es morgens vorbei ist. Ja. Und ich glaube, es ist gut, dass wir das jetzt einmal klar hören. Es ist nur ein verhältnismäßig kleiner Zeitpunkt, den du hier auf der Erde bist. Denn du weißt auch noch nicht, ob du tatsächlich diese 70, 80 Jahre hast. Philipp hat sie nicht gehabt. Ja, das ist ganz klar. Auch uns als junge Menschen kann morgen etwas ereilen. Oder ja, wir haben es auch erlebt, auch in der Corona-Pandemie sind auch jüngere Menschen einfach gestorben, die auch dachten, okay, mir kann nicht so viel passieren. Und es ist tatsächlich etwas passiert. Unser Leben ist begrenzt und es ist kurz. Also das ist so das Erste, was für mich einfach die wichtigste Erkenntnis ist. Es kommt wirklich darauf an, was du aus deinem Leben machst. Denn du hast keine zweite Chance. Es ist nicht so, dass du sagst, ich lebe dieses Leben nach dem Modell A und das nächste Mal versuche ich es nach Modell B und C und probiere was aus. Jemand hat schon mal gesagt, das Leben ist keine Generalprobe. Es ist schon die Aufführung. Ja, du kannst nicht proben. Du bist schon im Stück und du kannst nicht mehr zurück. Wir müssen was draus machen. Ja. Ja. Und also ich habe mir letztens ein Video, also ein Interview angezeigt von vor fünf Monaten, wo es um Johannes und Philipp auch ging. Und dann fragte dann die Moderatorin da auch, ja, wie ist es denn zu leben, wenn man weiß, man wird bald sterben? Und dann sagt sie so, ah ja, das hätte ich fast gefragt, weil eigentlich kann das ja bei mir auch jeden Tag passieren. Das wäre eigentlich eine doofe Frage. Und da hat sie in dem Moment selbst verstanden, ja, was eigentlich total natürlich für uns sein müsste. Ja. Und ich glaube, es ist nicht natürlich, weil das Thema Tod ist etwas, was wir immer gern wegdrängen, ja, was wir irgendwie wegschieben. Ich denke, es spielt bei vielen Nichtchristen gar keine oder kaum eine Rolle, weil es etwas ist, da hat man gar keinen Einfluss drauf, ja. Und das Krasse beim Tod ist ja auch, du kannst keinen treffen, der das mal komplett erlebt hat. Also du kannst nicht fragen, wie war das oder so, sondern es ist etwas, da müssen wir alle durch. Das wird uns alle betreffen. Aber wir wissen alle nicht, wie wird dieser Moment sein? Ja. Und ich glaube halt auch, da kann man auch schon unterscheiden, Tod ist etwas, was letztlich nicht schlimm ist. Tod ist nur ein Moment und der ist sofort wieder überschritten. Ja. Sterben ist das Interessantere, ja. Und Sterben kann, ja, ist nicht irgendwas, was in der Zukunft ist. Letztlich, wir sterben jetzt schon, indem wir alter werden. Also unser Körper wird sich nicht ewig regenerieren. Es ist letztlich, und man denkt immer auch, es ist ja deprimäßig, wenn die Bibel dann sowas sagt vom stetigen Verfall und so. Aber es ist letztlich auch biologisch gesehen klar. Also wir gehen immer weiter voran und können nie zurück. Und herausfordernd ist es für Menschen, die, sage ich mal, langsam oder lange sterben, die zum Beispiel eine schlimme Krankheit tragen und sich damit länger beschäftigen müssen. Aber es kann auch zum Segen sein, weil es für sie letztlich klar ist, was kommt. Denn sie können sich darauf vorbereiten. Jemand, der morgen vom Bus überfahren wird, der kann sich nicht darauf vorbereiten. Von daher kann Sterben tatsächlich auch ein Segen sein. Auch das Bewusstsein, dass du stirbst, kann ein Segen sein, weil das kann zu einer unglaublichen Kraftentwicklung führen, dass du etwas aus deinem Leben, wo du jetzt heute noch lebendig bist, etwas machst. Deswegen kann man auch Gott jeden Tag danken. Allein dafür, dass ich aufgewacht bin und noch lebe und diesen Tag vor mir habe. Und das ist einfach total wichtig. Es ist wichtig, wie Moses in dem Psalm sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Also wir werden weise dadurch, wir werden klug, wenn wir einfach diese Perspektive haben. Auf einmal kriegen die Sachen in unserem Leben die richtige Priorität. Wir werden vielleicht nicht mehr über Kleinigkeiten streiten, weil wir wissen, es geht um etwas viel Größeres, etwas viel Wichtigeres. Und wenn ich aus dem Ruf in der Bibel sehe, wie er an vielen Stellen kommt, ist immer wieder, kauft die Zeit aus. Kauft die Zeit aus. Macht was draus. Ich bereite gerade eine Stelle vor aus Galater 6, Kapitel 6. Da geht es darum, nutzt jede Gelegenheit, Gutes zu tun. Also nutzt die Gelegenheiten, kauft die Zeit aus. Macht was draus. Und die Frage für mich, die wir uns auch alle stellen müssen, ist, was in meinem Leben muss einfach raus, weil es einfach total dämlich ist, wenn wir im Sterbebett zurückschauen. Und es bereuen. Und es bereuen. Also was bleibt dann? Bleibt dann Familie, Freunde, das ist was Gutes. Geistliche Dinge, die wichtig waren. Oder können wir am Ende nur sagen, ja, ich bin mal auf der Weltrangliste 1 bei was weiß ich, ja, irgendeinem Spiel. Das sind einfach leere Sachen, die einfach nicht sinnvoll sind. Es gibt ja auch einige gute Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel der Mann, der reich war und auch viele Ländereien hatte, viel Korn angebaut hat und der gesagt hat, boah, wenn ich jetzt noch größere Scheunen hätte, dann könnte ich sie noch mehr füllen und dann könnte ich mich auch zurücklehnen und mein Leben genießen. Und er hat seinen Scheunen abreißen lassen, neu gebaut und Gott hat ihm letztlich gesagt, du nah, heute Nacht werde ich dein Leben fordern, du hast nichts davon. Wo wir eben ganz klar aussehen, sich eben hier weltlichen Reichtum, weltlichen Besitz aufzubauen mit dem Gedanken, dass es andauert. Ja, also wie gesagt, es ist nicht schlecht, ein Haus zu bauen. Es ist überhaupt nicht. Aber es ist etwas, wenn ich etwas anschaffe, etwas erwerbe, Vermögen anhäufe, damit ich es einfach genießen kann und damit es bleibt, dann ist das eben eine Illusion, weil den Besitz, den kann ich nicht mitnehmen. Ja, blöde Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen, also du kannst nichts mitstecken, nichts einstecken, was du mitnimmst. Nicht so etwas, aber die Bibel sagt uns auch, was du mitnehmen kannst, denn du kannst dir tatsächlich Schätze im Himmel ansammeln, die auch in der Ewigkeit eine Bedeutung haben werden. Und das ist, glaube ich, das, was wir erkennen müssen. Was sind denn das eigentlich für Schätze? Vielleicht ist es sogar deren Aufgabe, also das ist vielleicht sogar die Aufgabe unseres Lebens, solche Schätze tatsächlich jetzt zu sammeln. Und dann muss ich ja wissen, was das ist. Ja, also das ist auch das, was mich irgendwie manchmal so ärgerlich macht, wenn ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist heiliger Ärger, wenn man so merkt, da sind Christen und die leben einfach nur im Hier und Jetzt. Und ich meine das jetzt, also das kann man auf einer positiven Art und Weise und auf einer negativen Art und Weise. Aber ich meine jetzt, die leben ja so nach dem Motto YOLO, das ist ja so der Spruch so, you only live once, also nutze die Zeit, aber nicht nutze die Zeit fürs Evangelium, sondern nutze die Zeit, damit es dir gut geht. Ja, genau, dass du einfach total viel coole Sachen machst und so. Und auch zum Beispiel finanziell, glaube ich, das ist zum Beispiel schon mal eine Kategorie, wo man wirklich die Zeit auskaufen kann. Ja, also man kann Geld für die Rente sammeln. Hat jetzt ein Verwandter von mir gemacht. Ja, der ist jetzt, keine Ahnung, 55 oder so und ist jetzt in Rente gegangen. Ja, hat sich ausgerechnet, hat da schon lange drauf hingearbeitet. Ja, damit er wirklich früh gehen kann und nicht mehr arbeiten muss. Ja, aber so sind die Sachen, denke ich, in Gottes Reich nicht. Ja, in Gottes Reich, da wollen wir, da wollen wir uns einsetzen. Ja, wir werden sogar mutig zum Beispiel zum Arbeiten und Geld zu machen. Aber dieses Geld sollte dann voll in Gottes Reich hineingehen. Ja, nicht in einer Art aus Käse, ja, wo ich mir gar nichts mehr gönne, wo ich mir gar keinen Döner mehr kaufen kann und so weiter. Aber ich denke, manchmal ist das schon vielleicht mehr als 10 Prozent, wenn wir die Mittel haben. Ja, also ich will das jetzt keinem der Arme oder so auferlegen, aber wenn wir die Mittel haben, ja, da einfach mal Schätze zu sammeln, ja, und zu sehen, ja, wenn ich sterbe, das habe ich mir mal überlegt, wenn ich sterbe und ich hätte 100.000 Euro auf meinem Konto, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber so, dann ist das Geld auf der Erde zurück. Ja. Aber wenn ich zu meinem Lebzeiten 100.000 Euro in Gottes Reich investiere und dann sterbe, dann ist das ein Schatz im Himmel. Ja. Ja, das stimmt. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wie wir das, was wir an Besitz haben, investieren, ja, und es muss nicht immer Geld sein, weil gerade als junger Mensch hat man vielleicht nicht viel Geld, aber vielleicht hast du irgendein altes Auto oder sowas, was dir jemand geschenkt hat und so und du kannst es schon jetzt einsetzen, auch für Gottes Reich, ganz großzügig sein und sowas. Das macht auch was mit deinem Charakter, das ist wirklich krass. Aber es gibt ja auch noch andere Funde, mit denen wir letztlich handeln können, ja. Und noch so ein Beispiel, was Jesus auch benutzt hat, wo er gegangen ist, also er, der Herr, ist kurzzeitig ins Ausland verreist, erzählt er, und er hinterlässt seinen Knechten oder seinen Angestellten etwas, um damit zu arbeiten, ganz praktisch. Und er kommt nach kurzer Zeit wieder und das ist eben ein Gleichnis dafür, dass er eines Tages wiederkommen wird und dann fragt er die Angestellten, was habt ihr denn gemacht mit den Dingen? Und der eine hat gesagt, ja, ich habe aus meinen fünf Funden noch fünf hinzugeben, zugewonnen und der andere eben hat zwei hinzugewonnen, der zweite und der andere hat es halt einfach vergraben und hat nichts dazu gewonnen und das tadelt Jesus dann auch ganz stark. Und da einfach zu sehen, was hat Gott dir hinterlassen, was hat er dir an die Hand gegeben? Und das können eben tatsächlich deine Talente sein. Ja, das ist interessant, dass diese römische Währung auch jetzt, wir benutzen das noch, mein Talent, meine Begabung. Setz es doch ein für ihn. Also wenn du, wenn du gut singen kannst, kannst du natürlich deine Platte aufnehmen und ein Popstar werden. Okay, klar, verbietet dir keiner, ist ja auch nicht Sünde. Aber du kannst auch gucken, dass es das, was er dir gegeben hat, weil du selbst hast es ja nicht verdient, einsetzt irgendwo für den Bau seines Reiches. Wenn du gut reden kannst, kannst du natürlich irgendein Top-Anwalt werden und vor Gericht deine großen Reden schwingen, wie vielleicht in einer tollen Anwaltsserie. Aber du kannst vielleicht auch überlegen, wie du jemand wirst, der entweder es einsetzt zum Predigen oder auch zur Evangelisation und das Evangelium zu verteidigen. Was auch immer deine Gabe ist. Also setzt du deine Gabe, dein Talent ein zum Bau seines Reiches. Ich glaube, das sind auch so Schätze, die wir dann im Himmel anhäufen und die tatsächlich einen Wert haben in seinem Auge. Ja, also für mich war so eine Sache, die ich halt dann total auch gelernt habe, ist für meine Zeit hier nochmal, dass man halt auch nochmal voll in Beziehungen hinein investiert. Also auch nochmal voll im Menschen hinein investiert. Also wenn man sieht, wie er seine Freunde, ja der Philipp, wie er seine Freunde geprägt hat, auch im Glauben, wie die gestärkt sind und das jetzt hoffentlich weitertragen werden. Also was für einen Impact das einfach hatte und was für einen Impact wird auch mein Leben später mal auf andere haben. Ja, das ist vielleicht auch so eine wichtige Frage. Wenn ich jetzt sterben würde, habe ich andere geprägt mit, also hoffentlich positiv, ja, also mit Jesus geprägt. Ja, aber das ist auch so. Genau, die Zahlen sind nicht bedeutend, also in der Frage, wie viele hast du jetzt irgendwie erreicht? Denn Jesus hat es ja auch vorgelebt. Er hat letztlich zwölf Jünger gehabt, die er ganz intensiv begleitet hat, drei nochmal intensiver. Und es ist ganz spannend bei Jesus, dass man eben jetzt über den Zeitraum von 2000 Jahren sehen kann, wie haben diese Jünger dann weiter den Dienst getan und wie viele haben sie erreicht? Und was ist daraus geworden? Ja, letztlich die, die, die weltumspannende Gemeinde. Das war sie auch schon einfach nur ein paar Jahrhunderte sogar danach. Das hat gar nicht so lange gedauert. Es ist bei uns jetzt manchmal, wenn jemand gestorben ist, du hast vielleicht ein paar Jahre danach, ein paar Jahrzehnte, du kannst auch gar nicht genau bemessen, welche Auswirkungen hat das Leben gehabt. Aber wenn man allein überlegt, zu wie vielen Leuten hat Jesus geredet und zu wie vielen Leuten hat Billy Graham geredet? Also er schneidet Billy Graham besser ab, eindeutig. Das ist ja der Winner. Überhaupt nichts gegen den Dienst von Billy Graham. Das ist ein großer Segen auch, der das hinterlassen hat. Aber es ging nicht allein um die Masse, um die Zahl, sondern Jesus hat einfach in die Tiefe gearbeitet. Also ihm ging es darum tatsächlich, dass Menschen Gott erkennen. In diesem Fall erst mal nur die Zwölf, dass sie ihn erkennen und den Vater kennenlernen. Das war so sein Anliegen. Kennt ihr mich? Hat er gefragt. Und wisst ihr, wer der Vater ist? Und nur das, darauf kam es ihm an, dass sie das erkennen. Und das dann, was sie von ihm gehört haben, weitergeben. Das war schon sein Leben. Er ist ja auch nicht 70 oder 80 geworden. Und das hat ausgereicht, um die Welt zu verändern. Also von daher ist es ein richtig gutes Beispiel. Ja, also mit ganz wenig Zeit kann Gott Großes machen oder Potenzial in die nächste Generation reinlegen oder so. Ja, also das ist echt krass. Und insofern ist es auch einfach wichtig, dass wir halt nah an Jesus dran sind in dieser Zeit. Ja, auch bei Philipp habe ich jetzt gehört, so er hat, das ist ja auch so krass, ja, er hat die Diagnose gekriegt, zwei Monate habe ich noch zu leben. Und dann wurde in Talkshows eingeladen und so weiter. Und über jede einzelne Talkshow hat er gebetet, ja, soll ich das machen? Und dann hat er die ganze Zeit Sachen angenommen, auch wenn die über diese zwei Monate hinaus waren. Ja. Wo dann auch ein Freund so gesagt hat, warum machst du das, ja? Das ist ja voll entgegengesetzt, das was die Ärzte sagen. Und er hat das einfach direkt mit Gott abgesprochen. Und hat dann auch irgendwann gewusst, okay, jetzt nehme ich nicht mehr die großen Talkshows an. Und dann ging es ihm auch langsam da schlechter, ja, weil er es einfach von Jesus auch mitbekommen hat. Und so heißt das, oder so ist es halt wichtig, so, ja, wir haben einen kleinen Wirkungsbereich vielleicht nur. Ja. Aber in dem sollen wir dann auch wirken. Ja, genau. Du musst nicht die Welt erreichen mit dem Evangelium. Also wir dürfen, und das ist die Aufgabe der ganzen Gemeinde, aber du musst nicht denken, dass du keine Auswirkungen hast, wenn du zum Beispiel, ja, vielleicht auch eine Einschränkung hast. Bei ihm ist es sicherlich sein Lebensalter gewesen, als ihm das klar wurde, dass er nur so und so alt werden würde. Da würde man sagen, das ist eine ganz krasse Einschränkung. Das kannst du viel weniger machen. Aber Gott hat ihm eine Tür geöffnet, wie er zum Beispiel sehr viele in sehr kurzen Zeit erreicht. Es mag sein, dass du mehr Zeit hast in deinem Leben, aber du bist nicht derjenige, der, ja, derjenige ist, der vor vielen Medien redet. Du weißt, du bist von deiner ganzen Persönlichkeit und von deiner Begabung der, du kannst dich in drei, vier Leute vielleicht intensiv investieren. Aber genau das kann ja genau denen die Frucht bringen, ja, genau denen Gewinn bringen, weswegen Gott dich in dem Moment an den Punkt gestellt hat und der auf Ewigkeitsperspektive bezogen einfach eine unglaubliche Auswirkung hat. Und du weißt nicht, wen du erreichst. Also, um Billy Graham aufzugreifen, haben auch viele gesagt, die Person, die ihn bekehrt hat, ja, ich glaube, es war irgendeine Sonntagsschullehrerin oder sowas, ja, die niemand kennt. Und so, die wusste auch nicht, was ihr Dienst für eine Auswirkung hat. Und das weißt du auch nicht. Vielleicht machst du Kindergottesdienst in deiner Gemeinde oder Jugend. Was weißt du denn, wer da mal durchgeht und was aus dem dann mal wird. Und deswegen tust du es treu und deswegen tust du es einfach mit der Perspektive, ich mache das voll mit dem ganzen Herzen, auch in dem Bewusstsein, dass ich es um Jesu Willen mache und auch mit ihm. Und er darf was draus machen, ja. Und es ist unglaublich motivierend, dann tatsächlich daraus zu sehen, was kann daraus werden. Manchmal erleben wir es. Das ist total motivierend, wenn wir sehen, wow, das ist daraus entstanden. Oder wenn sogar Leute uns wieder zurückmelden, hey, das hast du damals gesagt vor ein paar Jahren. Das weiß ich immer noch. Es hat total Sachen verändert, ja. Was für ein Segen, wenn man das hört. Und wir erinnern uns manchmal gar nicht dran, ja. Also Gott kann es unglaublich wirken. Aber du musst dafür halt bereit sein und zu sagen, ich nehme das an. Genau deswegen lebe ich auch. Nicht die Talente verkraben, sondern sie einsetzen. Ja, also was wollen wir vielleicht den Zuhörern einfach so als Learning so mitgeben? Ja, ich denke, du kannst gerne vielleicht noch ergänzen gleich. Aber ansonsten, ja, lass wirklich so das Leben von Philipp eine Lektion für uns sein. Eine Lektion, dass wir auch, wie der Vers im Psalm 90, wirklich sagt, ja, dass wir diese Perspektive haben. Dass wir diese Perspektive haben. Unser Leben ist begrenzt. Dass wir diese Perspektive haben. Es kommt auch was viel Besseres hinterher. Haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Ja, genau. Über die Ewigkeit. Das ist auch mal ein kleines Thema, ja. Genau. Aber das, ja, was würdest du in deinem Leben ändern, wenn du dieselbe Diagnose kriegen würdest? Ja. Was würde dann bleiben? Frage an mich oder Frage für alle zu mitgeben? Frage für alle. Wow. Ja. Ja. Also ich meine, ich habe das schon, ja, ich habe schon mal am Anfang ein bisschen berichtet. Für mich war das mal bei der Frage der Berufsfall, da war es mal relevant, ja. Willst du dein Leben lang zurück, also arbeiten zum Beispiel in einem Beruf, das wäre bei mir Anwalt oder so gewesen und ich schaue am Ende der Tage zurück und sage, okay, ich bin jetzt 65 oder 67. Ich habe jetzt 40 Jahre da drin gearbeitet. Aber ich weiß nicht, was von dem, was ich gemacht habe, wirklich noch im Himmel Bedeutung haben wird. Wahrscheinlich so gut wie nichts. Und da war es für mich irgendwo so ein Schalter, der umgelegt wurde, wo ich sagte, das willst du nicht. Dass du das am Ende bereust. Du hast wahrscheinlich viel Geld am Ende, gehst in Pension, aber du musst zurückblicken und sagen, diese Kraft kriegst du nie wieder. Diese Lebenszeit kriegst du nie wieder ersetzt. Ja, sie ist einfach hinten. Und da war es für mich klar, dass das auch nochmal einen Ruf bestätigt hat. Aber ich glaube, also von daher, das ist glaube ich die Frage, die sich jeder stellen muss. Was mache ich mit meiner Lebenszeit, jetzt mit meinem Alltag? Manche Dinge sind notwendig, klar. Arbeiten, schlafen, essen. Aber da ist noch so viel, was du einfach zu deiner Verfügung hast. Und dann tatsächlich würde ich einfach sagen, wir sollten uns auf die Suche machen, in der Bibel nachzuforschen, was sind denn diese Schätze, die Bedeutung in der Ewigkeit haben und die anzustreben. Also uns danach auszustrecken, was zählt in der Ewigkeit? Was von dem, was ich hier mache, wird auch noch dort Bedeutung haben oder wird eben einer dieser Schätze sein. Ja, absolut wichtig. Und ein letzteren Gedanken, den ich noch mitgeben möchte zum Schluss ist, das hat man auch immer wieder gesehen, so Philipp hat jetzt nicht angefangen, also er hat angefangen ganz, ganz viel anzunehmen, aber er hat nicht aufgehört, die Bibel zu lesen zum Beispiel. Das hat er immer wieder gezeigt, dass er trotzdem diese enge Gemeinschaft mit Gott wirklich genutzt hat, wo man auch denken könnte, ah, jetzt muss ich ja die Zeit auskaufen und dann kommt man in so einen Aktivismus rein. Ja. Aber er hat einfach ganz eng an Gottes Herz, da ist er da geblieben und hat einfach gehört. Ja. Ja, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja. Dann zeig du mir jetzt, was ich genau tun soll. Ja, genau. Genau. Ich denke, ja, das ist alles sehr, sehr wichtig für uns. Das war Wortreich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Mehr zu uns und weitere Inhalte findest du auf der Webseite in der Beschreibung. Dort kannst du uns auch Themen und Fragen schreiben, die wir vielleicht schon in der nächsten Folge aufgreifen werden. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung.